Meine Damen und Herren, die lokale Uhrzeit, wenn Sie Ihre Urden umstellen möchten, ist 6 Uhr und 35 Minuten. Die Außentemperatur beträgt zurzeit 21 Grad. Wir sind zuheber überpünktig am Flughafen Gurdulis in São Paulo gelandet. Willkommen in Brasilien. Zu Ihrer eigenen Sicherheit möchte ich Sie jetzt noch unten, solange angestellt sind, zu bleiben, bis die Maschine geparkt ist und die Anschlusszeichen ausgeschaltet wurden. In Namen der Lufthansa und aller uns aus Dahlahansbahn nach verabschieden Sie Flugkapitän Reuter und die gesamte Besatzung wichtig an sich von Ihnen. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug mit uns. Es war uns eine Freude, Sie heute herzufliegen. Nun wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier, bzw. eine sichere und rasche Weiterreise zu Ihrem Zielgrund. Wir bedanken uns nochmals, dass Sie unsere Gäste waren. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.